Aufstehen hält fit. Bewegung bei der Arbeit im Büro ist gesund, das weiß man schon lange. Aber jetzt ist es endlich wissenschaftlich erwiesen. Australische Forscher fanden heraus, bereits einfaches Aufstehen und sich wieder hinsetzen bringt einen erstaunlichen Effekt für Figur und Kreislauf. Wer dagegen stundenlang am Schreibtisch verharrt, hat ein deutlich höheres Risiko für Herzerkrankungen. Die Empfehlung der Ärzte, möglichst viele Bürotätigkeiten im Stehen oder Gehen ausführen. Diabetesmittel hilft gegen Alzheimer. Eine verblüffende Entdeckung gelang Berliner Wissenschaftlern. Das Medikament Metformin, das häufig bei Diabetes 2 verschrieben wird, kann auch gegen Alzheimer helfen. Nach dem Wirkungsmechanismus zu urteilen, ist es wahrscheinlich, dass Metformin eine sehr positive Wirkung hat in Patienten, die entweder dabei sind, Alzheimer zu entwickeln oder auch welche, die schon Frühstadium von Alzheimer haben. Bei Diabetikern soll Metformin die Insulinproduktion anregen. Aber es aktiviert auch ein Enzym im Gehirn, welches das Absterben von bestimmten Gehirnzellen verhindert. Damit hätte man ein preisgünstiges Mittel im Kampf gegen Alzheimer. Klinische Studien sollen folgen. Passivrauchen gefährdet Kinder. Kinder, in deren Gegenwart regelmäßig geraucht wird, leiden häufiger an Bluthochdruck. Der erhöhte Blutdruck kann bis ins Erwachsenenalter anhalten. Forscher der Uniklinik Heidelberg hatten über 4000 Kinder untersucht. Der Nachwuchs von rauchenden Eltern hatte deutlich höhere Werte als die Kontrollgruppe. Eine andere Studie hatte erst kürzlich belegt, dass Passivrauchen bei Kindern auch das Risiko für eine Hirnhautentzündung erhöht. Um solche Zusammenhänge zu erkennen, muss man erstmal viele Daten sammeln. Auch das ist ein Schwerpunkt hier am Robert-Koch-Institut. Stichwort epidemiologische Studien. Wie ist es um die Gesundheit der Deutschen bestellt? Dieser Frage geht man nach. Unter anderem in der großen Langzeitstudie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, kurz KIX genannt. Mehr als 18.000 wurden untersucht, zum Beispiel hinsichtlich ihrer motorischen Fähigkeiten. Und jetzt gibt es zum ersten Mal umfassende und bundesweit repräsentative Daten zur Gesundheit unserer Jugend. Und auch beunruhigende Erkenntnisse. Nur etwas mehr als die Hälfte der Kinder konnte bei Rumpfbeugen den Boden mit den Händen erreichen. Robert Koch, an dessen Schreibtisch ich hier sitzen darf, er würde mehr als zufrieden sein mit dem, was sich aus seiner Arbeit heraus entwickelt hat. Es riecht hier noch richtig nach großem Forschergeist. Heute sind es auch die medizintechnischen Fortschritte, die Behandlungsmöglichkeiten erlauben, die früher undenkbar waren. Wenn man zum Beispiel heutzutage an der Hüfte auch Gelenkspiegelungen vornehmen kann, müssen bei manchen Menschen starke Hüftbeschwerden nicht mehr zwangsläufig in einem künstlichen Gelenk enden. Marco Mann hat einen langen Weg hinter sich. Er lebt in Nordrhein-Westfalen. Doch operiert wird er morgen hier in der Nähe von Berlin. Sein Orthopäde Fabian Ritz aus Köln begleitet ihn. Hallo, das ist Herr Mann, unser Patient. Hallo, grüß Sie, Herr Mann. Beide Orthopäden sind Experten für Schlüssellochchirurgie, der sogenannten Arthroskopie. Im Fall von Marco Mann werden die beiden Ärzte den 39-Jährigen gemeinsam an der Hüfte operieren. Nach einem Sportunfall hatte Marco Mann starke Schmerzen in der Leiste. Zunächst bestand der Verdacht auf Leistenbruch oder Muskelriss. Erst Hüftspezialisten erkannten die eigentliche Ursache. Das Problem ist eine angeborene Fehlbildung an der Hüfte. Der Knochen am Hüftkopf steht zu weit vor und schädigt im Laufe der Jahre das Gelenk. Diese Beule dreht sich bei jeder Bewegung in die Hüftgelenkpfanne hinein, sodass der dort befindliche Knorpel und die am Rand befindliche Gelenklippe dadurch geschädigt wird, sekundär geschädigt wird. Und dieses Beides macht dann die bei Ihnen vorhandenen Schmerzen. So eine permanente mechanische Belastung ist ein bislang unterschätzter Grund für Arthrose. Erkannt wird die Fehlbildung oft erst dann, wenn durch einen Unfall, so wie bei Herrn Mann, oder durch ständige Überbelastung die Schmerzen nicht mehr aufhören. Wenn ich morgens die eigene Hose anziehe und ich stehe ja dann logischerweise in dem Moment auf einem Bein und will das andere heben und kriege das dann aus der Sache gar nicht mehr alleine gehoben. Und dann kommt dieser Schmerz und dann setzt dieser Schmerz ein und der vergeht nicht. Früher, als es die Arthroskopie noch nicht gab, mussten die Patienten entweder mit den Beschwerden leben und dann mehr oder weniger auf das Kunstgelenk warten. Beziehungsweise es konnten auch offene Operationen bei bestimmten Fehlbildungen durchgeführt werden, die natürlich aber mehr invasiv für den Patienten waren als eine arthroskopische Operation. Die vergleichsweise schonende Gelenkspiegelung der Hüfte ist in den Kliniken erst seit ein paar Jahren Routine. Orthopäde Gregor Möckel gehört zu den führenden Spezialisten in Deutschland. Fabian Ritz wird heute assistieren, um neue Methoden kennenzulernen und zu vertiefen. Es ist eine minimalinvasive Operation, die viel Erfahrung und Übung benötigt, denn der Zugang in die Hüfte ist eng. Durch eine hochauflösende Kamera werden die Strukturen im Gelenk auf dem Monitor sichtbar. Erst jetzt können die Ärzte eindeutig feststellen, was genau im Gelenk zu den Schmerzen führt. Marco Mann hatte Glück, seine Gelenklippe ist nicht gerissen, nur gereizt und der abgelöste Knorpel kann angeklebt werden. Dann beheben die Chirurgen die Fehlbildung. Der überstehende Knochen am Hüftkopf wird entfernt. Außer beim Entfernen von Fehlbildungen hat sich die Arthroskopie auch bewährt beim Glätten von Knorpelschäden, bei abgelösten Knochen und Knorpelstückchen, die sich frei im Gelenk bewegen und es blockieren, bei Prothesen, die Schmerzen und andere Probleme verursachen und bei leichter Arthrose. Ist der Verschleiß zu weit fortgeschritten, bringt Arthroskopie nichts mehr. Es gibt zurzeit die Tendenz, dass viel arthroskopiert wird, vielleicht sogar zu viel arthroskopiert wird. Jeder Patient sollte sich vor einer Arthroskopie gegebenenfalls noch eine zweite Meinung einholen. Und damit kann der Patient sich dann schon eine Meinung bilden, ist es für mich sinnvoll oder auch nicht. Patient Friedrich Kühl hat sich, so wie Herrmann, gut beraten lassen, bevor er sich operieren ließ. Nach einem Fahrradsturz hatte er ständig Schmerzen an der Hüfte. Auch bei ihm war das Gelenk durch eine Fehlbildung bereits angegriffen. Beim Sturz riss dann die Gelenklippe. Und hier ist die abgelöste Gelenklippe. Mit einem Tastthäkchen bin ich hier dahinter, hinter der abgelöste... Es erfordert vom Chirurgen viel Geschick und Übung, um eine gerissene Gelenklippe arthroskopisch wieder anzunähen. Diese Technik wird bislang nur in wenigen Kliniken in Deutschland beherrscht. Ein Jahr ist jetzt seit der Operation vergangen. Spüren Sie jetzt noch irgendwelche Beschwerden im Leistenbereich hinten? Keine, keinerlei Beschwerden. Es ist kein Fall mehr Beschwerden. Marco Mann kann einen Tag nach der Operation wieder gehen. Vier Wochen wird er allerdings Gehstützen verwenden müssen, um die Belastung langsam zu steigern. Geht alles gut, ist er in sechs Wochen wieder fit. Fit, das ist ein gutes Stichwort. Wie sieht es denn mit Ihrer persönlichen Fitness aus? Ein guter Vorsatz für das nicht mehr ganz so junge Jahr, allerdings gute Vorsätze halten oft nicht an. Vielleicht haben Sie einfach noch nicht das Richtige für sich gefunden. Wir wollen Ihnen heute ein paar Trends vorstellen, die sich für Sporteinsteiger eignen und für solche, die Lust haben auf Musik. Also tanzen Sie sich fit. Mit Aroa und Sumba kann man viel für seine Figur und die Gesundheit tun. Vergessen Sie Aerobic oder Jazzdance. Jetzt machen uns neue, exotische Fitnessprogramme Beine. Zum Beispiel Aroa. Ich bin ja der absolute Sportmuffel. Also ich mache gar nichts und das ist mein Leben lang. Und jetzt habe ich gedacht, so vom Alter mussten wir was anfangen, habe ich so Fitness gemacht. Und das Sportstudio alleine, Muskelkater, hat keinen Spaß gemacht. Und jetzt probiere ich mal was Neues. Aroa soll für Sportneulinge wie Manuela Obermüller ideal sein. Es ist eine Kombination aus Tai-Chi und Kung-Fu sowie einem Kriegstanz der Maori aus Neuseeland. Stell dir vor, ich stehe in einem Krieger. Neun Meter groß. So breit. Landst du in der Hand, will euch wehtun. Wegnehmen, kaputt machen und jetzt nochmal alles, was ihr habt. Auf. Die Choreografie fließt in mäßigem Tempo. Da kommt jeder gut mit. Vor allem Po und Oberschenkel müssen ran. In Kombination mit wechselnder An- und Entspannung der Schulter-, Bauch- und Oberarmmuskulatur. Nochmal, nochmal, nochmal. Also es ist wirklich sehr gut, weil durch dieses Konzept und durch dieses Training Anspannung, Entspannung wird die Durchblutung gefordert. Es kommt alles in Schwung. Durch die mittlere Intensität des Trainings wird besonders gut fett verbrannt. Manuela Obermüller gibt ihr Bestes, um mitzuhalten. Sie ist wie ihre Mitstreiterinnen nach einer Stunde ganz schön aus der Puste. Man lernt es als Anfänger sofort. Also klar, man macht ein paar Sachen falsch noch, aber das meiste kriegt man echt schnell hin. Also finde ich super. Es ist Gelenke schon, das ist auf jeden Fall. Weil ich habe auch Probleme mit dem Knie und da merke ich hier beim Auroa gar nichts. Zumba dagegen ist viel temporeicher. Eine schweißtreibende Mixtur aus Aerobik, lateinamerikanischen Tänzen und sogar Hip-Hop. Hier muss Frau Obermüller die Hüften schwingen lassen. Der Trainer tanzt zwar vor, aber grundsätzlich darf sich jeder nach seinem eigenen Körpergefühl bewegen. Das ist ein easy move und muss man nicht so eine, wie gesagt, die Schritte kennen oder so eine Tänze sein, muss man das nicht. Einfach Bewegung, weil es geht um diesen Gesundheitssport für Kalorie abbauen, Stress abbauen. Zumba ist easy, Zumba ist fun. Doch einige Basisschritte sollte man schon beherrschen. Die Wechsel zwischen schnellen und langsameren Rhythmen sind für Anfänger ungewohnt und nehmen Frau Obermüller ganz schön in Anspruch. Also für mich ein bisschen schwierig, dieses Rechts-Links-Strip, ich kann auch keinen Walzer tanzen, vielleicht wäre es dann einfacher, dieses 1, 2, 3 hinzukriegen, ist für mich schwierig. Aber es macht trotzdem Spaß. Ich meine, ich bin ja hier zum Lernen. Ich bin ja nicht hier, weil ich ein Profi bin, sondern weil ich es können möchte. Zumba verbessert vor allem die Kondition und eignet sich für alle, die Freude an Rhythmus haben. Ja, weil es ein super Tanz ist, man geht so selten alleine tanzen, ich in meinem Alter schon gar nicht mehr, weil ich keinen Partner mehr habe. Und das ist für mich ein ganz großer Ersatz. Und das macht super Spaß. In jedem Fall sind die neuen Tanz-Fitness-Programme gut geeignet für Ersteinsteiger. Welches am besten zu wem passt, muss jeder selbst ausprobieren. Sportmuffel sind überall willkommen. Viele Krankenkassen erkennen AROA übrigens inzwischen als Präventionstraining an und zahlen einen Zuschuss zur Kursgebühr. Mehr Informationen und auch Adressen zu unserer Sendung bekommen Sie wie gewohnt per Post oder Sie schauen in den ARD-Text oder ins Internet. Das war der Ratgeber Gesundheit aus Berlin, aus dem Robert-Koch-Institut. Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017